Und willkommen zurück zu Star Wars The Clone Wars, wenn wir jetzt hier gegen einen der Goldenen antreten müssen. Und wir können sie einfach mit Macht nicht hinunterschleudern, das ist doch ziemlich scheiße. So, und jetzt bekämpfe ich ihn einfach mit seinen eigenen Waffen. Naja, das hat nicht so ganz funktioniert. Kann ich auf den ich auch einfach drauf springen? Wow, der verteidigt das? Mit der F? Ich stürze mit ihm einfach in den Tod. Ah, so geht's auch. Los, tu auf. Nicht tu auf? Oh! Och nein! Das war jetzt aber ganz klug. Ich erledige die einfach jetzt immer so, indem ich hier drauf springe. Ich habe nämlich den Eindruck, das funktioniert ganz gut. Und sobald ich die einmal unter Kontrolle habe, kann ich sie einfach zerstören. Oh je, wie viele kommen da von denen. Ich habe die Befürchtung, dass sie so unendlich sein könnten, bis ich dieses Zeug hier eingedrückt habe. Los, Obi-Wan, beschütz mich. Oh, Obi-Wan, du beschützt mich ja toll. Du stirbst. Okay, und jetzt. Komm, beschütz mich, beschütz mich, beschütz mich. Oh, ich habe es aber geschafft. Oh, muss ich die jetzt innerhalb von einer kurzen Zeit auch noch, äh... Scheiße, das muss innerhalb von einer kurzen Zeit passieren. Das werden ja immer mehr. Spring doch erstmal auf einen drauf, Mann! Oh, meiner macht es mich echt wahnsinnig. Oh, da kommt sofort der Nächste. Das funktioniert so nicht. So, jetzt rüber, 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 rüber. So, jawohl. Und gleich der Nächsten. Schnell. Gut funktioniert. An denen vorbei und... Macht, 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 macht! Yes! So gewinnt man einen Krieg. Und zerstört. Das war's, der Schild ist aus. Jetzt müssen wir nur noch die Senatoren retten. Geduld, Anakin, wir müssen noch... Anna, Einbringlinge haben die Schildsteuerung erreicht. Alle Einheiten auf die Gefechtsstationen. Äh, außer ihr gehört zu dem Einbringling. In dem Fall, seid ihr zu ihr seid. Ich dachte, du wolltest den Alarm ausschalten. Ich dachte, ihr würdet euch darum kümmern. Dass die Mission noch kompliziert wird, hätte nun wirklich nicht sein müssen. Aber dann wär's ja kein Spiel. Aufmachen. Oh, zwei Artefakte übersehen. Na, mal sehen, was uns jetzt neu erwartet. Hallo, Wendor. Stinken hat's nach Mist. Äh, ich meine, ja, Meister. Also gut, Kleiner. Es wird Zeit, die Separatisten aufzuhalten. Mir nach. Jawoll, das Finale, oder was? Wir sollten uns jetzt mit General Kenobi und General Skywalker treffen. Oh. Das ist mal wieder typisch. Auf jeden Fall. So, das Finale Battle hier. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Geh einfach mal davon aus. Ah, und wir sind jetzt genau auf der anderen Seite da, wo wir vorhin nicht hinkamen. Na, dann werden wir ja auf die anderen bald treffen, nehme ich an. Das ist ja ziemlich cool. Soll's ja nicht langsleiden, das soll's töten. Zerstören natürlich. Wir treffen auf schweren Widerstand, Sir. Verteidigungspositionen. Ach, du Scheiße. Folge mir, Kleine. Manchmal ist der direkteste Weg nicht der beste. Ja, das hat ja ganz gut geklappt. Ups, und... Genau, jetzt steht sie im Weg, sodass ich runterfalle. Du glaubst auch, du kannst dir alles erlauben, oder? Ach, jetzt können wir trotzdem zu zweit da draufstehen. So, wie geht's jetzt weiter? Hier. Oh, ein Checkpoint. Wie cool. Wah! Der war auch jetzt bitter nötig. So genau, beim letzten Verrecken will ich jetzt eigentlich auch nicht. Oh, okay, jetzt müssen wir hier rüber. Ich nehm mal einen auf diese Plattform. Schnell auf die andere und schnell da drauf. Ah, nein! Verdammt. Oh, als muss ich allen Ernstes warten. Warten hätten! Das gibt's doch nicht. So, los! Keine unnötige Zeit verlieren. Alles klar, das hat funktioniert. Der ist jetzt hier drauf. Oh! Überspringen wir ihn einfach. Checkpoint? Jawoll! Wow! Wie hab ich das denn jetzt gemacht? Das war nice. Ich glaub, das war wirklich ne Abkürzung. Okay, das soll ich nicht aufmachen. Hier geht's auch nicht weiter. Oh, hier ballern sie wie die Irren. Ah, der Schäfe. Alles klar, jetzt treffen wir gleich auf die anderen. Gut, damit haben wir sie zugeben. Hab ich nicht gerechnet, dass ich mir einfach so den Boden unter den Füßen wegballert. Das kam in der Tat ein wenig überraschend. Aber cool. Warum nicht? Wow! So, was geht denn jetzt hier? Oh! Natürlich werden wir das. Und runter mit dir. Oder so. Das geht natürlich auch. Unverwundbar. Juhu! Du kannst mir nichts. Du kannst mir nichts. Und tschüss. Naja gut, so war das nicht geplant. Mach ich schubst mir auch mal runter. Und ein bisschen Macht ausüben. Und auf die nächste Welle warten. Vielleicht soll ich einfach mal mit auf den Aufzug. Okay, nein. Es wäre sein können, dass man jetzt hier nicht die ganze Zeit nur irgendwelche Wellen überstehen muss, sondern einfach den Aufzug nimmt. Aber irgendwie... Oh, okay. Jetzt kommt hier noch ein Goldener. Hach, der ist gleich mal weg. Und jetzt passiert irgendwas. Aber was? Muss ich jetzt wieder zurück? Nö. Nö. Ah, hier ist ein Weg. Eine glückliche Wendung. Oh, oh. Tonnen scheint hier einiges abzugehen. Okay, das hab ich geschickt gemacht. Oh, da kommen sie, da kommen sie. Wäääh, wie geil. Einfach weggeballert. Oh, da hinten war eine Spinne. Gut, dass ihr keine Gefühle habt. Oder doch. So, oh, oh. Da kommen sie wieder. Wir sind in der Überzahl. Uh, wieder hab ich... Diesmal hab ich mir selbst... Oh, da war ich das vorhin auch selber. Ich hab mir einfach mal... selbst den Boden unter den Füßen weggesprengt. Scheinmal war ich das auch vorhin selber. Cool, aber sogar echt den, äh, Kampfdroiden getötet. Das gefällt mir doch sehr gut. Ja, das kann sie jetzt auch selber machen. Ich mach derweil das Tor auf. Oh, jetzt ist sie tot. Soll uns nicht jucken. Wir müssen die Plattform auf der anderen Seite der Höhle sichern. Überlasst uns die Steps. Erledigen wir diese Biker-Bots. Meister. Jawohl, Steps. Aber was genau muss ich jetzt machen? Ach, hier. Ne. Ah. Dir lass ich nichts über. Du bist frech. Mal sehen, wie lang diese Welle jetzt hier noch geht. Oh. Noch mehr Droiden auf Steps. Nein, wenn nicht. Auch wenn ich jetzt gerade nicht mitbekommen habe, was du gesagt hast. Und wir gehen davon aus, dass es nichts Gutes für uns war. Und deswegen. Nö. So, auf wen schießen die jetzt? Ach, da. Ach, da. Bin ich jetzt gerade gestorben? Wie krass. Schon wieder? Was machen die denn mit mir? Oh Gott, da hinten. Das sind echt unendliche Wellen. Ansonsten ist das ja nichts. Das ist einfach nur ein Aushalten. Schon wieder ein Goldener? Nicht, dass das jetzt auch noch die gleiche Reihenfolge ist und ich muss irgendwas machen. Was mich nerven würde. Ah, okay. Wie sie gleich dastehen. So, und jetzt? Seid ihr da? Und was soll uns das sagen? Ah, das heißt, wir sollten warten. Snaps! Schön zu sehen, dass es dir gut geht. Von den Droiden kann man das nicht sagen. Zu schade, dass ihr das Beste verpasst habt. Ganz hübsch haben es die Separatisten doch hier. In der Tat. Die Dunkelheit ist deutlich spürbar. Und auch der Meister. Ich spüre, Count Dooku ist hier. Jawoll. Count Dooku ist hier? Sofort. So scheint es zu sein. Diese Gelegenheit sollten wir uns nicht entgehen lassen. Worauf warten wir dann noch? Die Waffe ist eine Gefahr, Skywalker. Du und dein Padaban werdet sie zerstören. Und Meister Kenobi und ich stellen Count Dooku. Kommt, Sky Guy. Retten wir die Galaxis. Und ob wir im nächsten Teil schon auf Count Dooku treffen. Ja, das sehen wir im nächsten Teil. Haha, tschüss, bis dann.